Und ich weiß auch, dass wir keine großen Chancen haben. Im Verhältnis Windeck gegen Bayern München, so ungefähr muss man das sehen. Also Ari van Lenten kann sich hundertprozentig drauf verlassen. Wir greifen nicht an. Wir lassen den Gegner kommen ganz, ganz, ganz weit. Am liebsten hätte ich die Abseitsregelung noch ein bisschen verschärft. Und wir werden versuchen, die Räume so eng zu machen, wie damals bei meinem ersten Spiel. Und das ist 0 zu 0 ausgegangen. Aber jetzt weiß ich nicht, wie sind die Spieler drauf? Können die mithalten? Junge Spieler, die aus der Bezirksliga kommen. Und da ist der Leistungsunterschied natürlich sehr, sehr groß. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen. Musst du sie auch sehen. Wunder gibt es immer wieder, heute descon Maci. HWho SYSTEM? Vielen Dank.